Ich bin Pavlinka und ich bin Gabriela. Wir sind in der Ausbildung als Fachfrau Gesundheit im Wohn- und Pflegezentrum im Wifang Zwolle. Kommt doch mit, wir zeigen dir unseren Alltag. Als VG ist meine Hauptaufgabe die Tagesstruktur der Bewohner nach Wünsche und Bedürfnis zu gestalten, die Betreuung der Bewohner und ab und zu haben wir medizinische Angelegenheiten. Was ich super im Bifang finde, ist, dass wir ein sehr angenehmes Arbeitsklima haben und dass wir uns Lernende gegenseitig sehr unterstützen. Das Coole an diesem Beruf ist, dass es sehr abwechslungsreich ist und dass wir mit verschiedenen Fachpersonen zusammenarbeiten. Was ich speziell im Bifang finde, ist, dass wir Palliativpflege anbieten und dass wir uns genug Zeit für die Bewohner nehmen dürfen. Wir Lernende wechseln jedes Jahr die Abteilung, damit wir jeden Bereich sehen dürfen. Und auf jeder Abteilung ist ein Berufsbildner für uns da, der uns immer unterstützt. Hauptsächlich unterstützen wir unsere Bewohner bei der Pflege, wie z.B. Körperpflege oder Anleggen, sowie auch medizinische Brüche, Medikamente errichten oder Metallwerden fassen. Hast du auch Lust, deine Lehrausfall zu machen? Dann bewirb dich doch bei uns. Wir freuen uns auf dich. Bis zum nächsten Mal.